Schönen guten Tag meine Damen und Herren zu einer wunderschönen neuen Runde Among Us mit mir und der Gang quasi mal wieder schön auf der ersten Map unterwegs Polos glaube ich heißt hier oder so, ich weiß es nach all den Wochen weiß ich immer noch nicht und heute geht es rund, heute ist nämlich Montag und mein Montag war auf jeden Fall spitze ich bin in die Dusche rein, mein Duschkopf ist runtergefallen und hat erstmal alles schön in der Dusche und im Badezimmer verteilt das war großartig, wollten wir dann einen Kaffee machen, danach ganz entspannt, kein Wasser drin und es war dann auch kein, es war dann auch noch Kaffeesatz drin, das heißt ich musste dann die ganze Maschine wieder sauber machen und auffüllen naja, wie das halt so ist, ein richtiger Montag, danach ist wieder auf Photoshop abgespielt, also so ein richtig schöner Montag, los geht's Alarm! Peter ist nicht für diesen Kill verantwortlich Also ganz viele waren in Edmund, ne? Also ultra viele Ja, aber das Problem ist halt einfach, die sind alles rechts auch von oben und Cafeteria lang gelaufen also jeder da von links kam, könnte den Mord begann haben Wo ist er denn? In Electrical, direkt beim Vent, mehr oder weniger Also wenn ich rechts nicht gesehen habe, am Anfang waren Ray und Sven Doch, wir waren beide rechts Diese ich auch nicht Echt? Och come on, was wollt ihr denn immer von mir? Nein, ich war auch rechts Nee, ist ja so Nee, was? Aber Ray hat irgendwie zwischendurch vergessen, wie WASD funktioniert und stand so rum Das passiert manchmal, das machen wir nicht Aber Ray kam hier irgendwann in den Kaffee machen und nix entgegenstehen Das hab ich mir sogar fast noch gedacht Natürlich sag ich das Dass du das gesehen hast, dass ich nicht gefailt hab Hast du Laufen verlernt, oder was? Nee, nee Ah, okay, danke Wer war denn alles in Admin drin? Ja, was soll ich da jetzt sagen? Also Mike Hallo Ich hab dich halt gesehen, wollte ich beobachten Und hab dann die Tasks noch da gemacht, die da ist Da war keine Tasks, wo du standst Doch Ich war drin Ich war drin Jay war drin Wo war da, du? Oh, Admin-Table, hier und da Hä, wann? Stand auch am Admin am Ende, ich hab sogar noch die Karte gespielt, bevor reported wurde Am Ende war alles in Admin, das zählt nicht Ja doch, da war ich aber Nicht erlaubt Ich war vorher Navigation Also Ray habe ich, also grün kann ich mich nicht erinnern, dass er stand neben dem Ich hab dich auch nicht gesehen Echt? Peter auch nicht Aber stellt man da schon Schalter rum, direkt zu Beginn des Spiels? Ich stand neben O2, weil Ray O2 gemacht hat Deswegen bin ich nicht dran Ich glaub du bist einfach sauer, weil du nicht weiter streamen durftest Dizzy mein bester Freund, wo bist du denn dran? Also Dalukat kann ich auf jeden Fall, hab ich den O2 gesehen, der stand neben mir Und den Navigation auch Navigation Also ich hab O2 oben alleine gemacht, da war auch niemand Sven war vorher kurz da Nee, mit Ray red ich nicht, der ist im Poster mit dem auch ich nix Ja, dann brauche ich die auch nicht Ich bin ja auch weggerannt Ey, machst du meinst ein Selfie-Report, Maxi? Ja, war es Ah, okay Das stimmt eh wieder, Sven Ach ja, das ist ja tot Stimmt ja Oh mein Gott, Dizzy Ah ja Ah ja Ah ja Ah ja Da geht das kategorische Mom los hier Warum wurde ich jetzt gevotet? Das verstehe ich jetzt nicht Das verstehe ich halt wirklich legit nicht Warum wurde ich jetzt gevotet von zwei Mann? WTF? Ach shit Aber Dalukat ist bei mir Er sucht Dalukat sich hier ein Alibi zu holen oder? Was wird das denn jetzt? Was wird das denn jetzt? DALUKATI Was wird das? Geh weg Fack mich, fack mich Fack mich, fack mich Was wird das hier? Holt er sich jetzt wieder so ein schön treu dummes Alibi von mir? Na klar Ja Alukat macht den Gerne Okay Der Lümmel Sehen ob wir euch wiederfinden Als ob er das gewusst hat Als ob er das gewusst hat Als ob der Alukat das gewusst hat Alarm Alarm Alright 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 Was los Peter? Auch raus Der ist tot Der gute Jey liegt am admin table Ich war auf der rechten Seite, da kam mir Dizzy und Dalu von Weapons quasi mehr oder weniger entgegen Und grad mit mir in admin reingelaufen ist Ray Korrekt Habt ihr Jey irgendwo noch gesehen? Zuletzt Zuletzt an Cams Aber das ist schon ewig her Bei den Cams Ich bin Jey ja eigentlich die ganze Runde hinterher gelaufen Aber bei den Cams Ich hatte noch keine einzige Aufgabe erledigt Musste ich ihn dann alleine lassen Aber ich glaube das hast du gesehen Maxi, oder? Jaja Ich hab euch beide gesehen Ich hab dich erst gesehen Hab dich dann beobachtet Und plötzlich sah ich Die Cams sind immer noch an Nachdem du weg gegangen bist Hinterher, da steht noch einer Ja ich musste Jey dann irgendwann mal Also Aber gerade War da noch jemand bei Cams oder? Ja ich stand da Aber es war ne Sekunde Ich hab dich nur reinlaufen sehen Hinter dir war Ray So nü Hätt drauf gewettet, dass er dich jetzt absticht Aber Ne Davor war Ray In Electric Da hab ich ihn nochmal beobachtet Hallo Dizzy Ja ich hab schon gedacht Was machst du da so komisch? An der Ecke Weil da ist ja gar nicht Er ist verdächtig Würde man nicht sehen Wenn jemand wendet Sieht der mich nicht Wer ist verdächtig? Ne ne Ich hab da den Download gemacht Und dann war der Report mit Mike Dadurch tötte Während die Kamera anlässt Lauf rein Du kannst auf Adminier gekillt haben Wenn die Leife nicht in Kamera range liegt Tut sie nicht da? Liegt sie nicht Genau Und dann wendest du recht raus Ja Das könnte auch Ray gemacht haben Wo wart ihr denn 4 Weapons? Du und Dizzy Ein bissl hier und ein bissl da ne Wir sind halt ganz geschmeidig mal über die Karte geruscht zusammen Ne Moment 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 Aber warum Dizzy Warum wart ihr jetzt nochmal auf der rechten Seite wenn ihr mal am Anfang auf der rechten Seite wart? Ja weil Weil da noch mal Hat sie nicht alles geschafft ne Genau Da waren dann nochmal Dräte Und dann waren auch ein bisschen die Shields wieder kaputt Ja was ist denn mit Dado los heute? Ich glaube auch Dado ist ein bisschen bekifft Ne ne der ist äh Ich glaube der ist einfach nicht zufrieden Ja Ey lass mal Dado drin bitte noch Ups sorry Das könnte witzig werden Ja Okay Okay Mhm 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 Ja Okay Wo bist du da? Hallo? Woher der geht? Mhm Okay Okay Führen wir diese Geschichte vor Das klappt sehr sehr gut Ja Okay Alles fertig Okay Eine ein Oha Alarm Wo 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 wo? Die geschlossenen Türen haben äh Mir nicht erlaubt Serus Leiche in Lower Engine rechtzeitig zu reporten Okay ich war Mach erstmal Kalle Ja also die Genau ich bin Mit dir glaube ich ne Bin ich ja quasi über Navigation Über Storage Richtung Lower Engine gegangen Weil ich in Upper Engine noch meine letzte Aufgabe hatte Und ich habe mich gerade habe ich sogar noch in der Aufnahme gesagt Gewundert dass der Pfeil nach unten zeigt Der hat mich quasi zur Leiche geführt Und da liegt dann halt Zero vor dem Band Der liegt halt glaube ich schon länger Ich bin gerade am Admin Table Hab die 5 Sekunden Hab 2 Punkte in Mad Bay gesehen Die dann auch glaube ich zu Upper Engine gegangen sind Welche beiden waren das? Ja das war Das war wieder Dizzy und ich Waren da wieder Mad Bay drin kurz Haha Dizzy und Karlo Bei mir kamen grad Maxi Und als letztes grad Ray in Admin rein Ja Ray hat den gekillt Peter wo warst du? Ich war gerade Electrical zuerst Ich war nicht in Admin Electrical? Ja Und du bist von Storage gekommen oder von Lower Engine? Storage ist das unten in der Mitte oder? Dann von Storage Kam der Ray entgegen? Nein Ray ist von unten links nach oben links gewendet Und ist uns entgegen gekommen Ja da muss ich unten links nach oben Nach wohin? Nach oben links Von Lower nach Upper Engine Das geht doch gar nicht Das geht über den Reaktor Über den Reaktor meinst du? Ne bin ich aber nicht Was ist der Verdacht dass ich das habe? Weil du daher kamst und für mich mit Peter auch noch die einzigen Verdächtigen sind für den allerersten Kill Ja Was war der allererste Kill? Der allererste Kill? Der allererste Kill war Dadosch oder? Ja genau Für Leckwick war Ray verdächtig weil er oben bei Mad Bay rauskam Da hat mich doch sogar Jay der Gute gedeckt Ja und das stimmt doch gar nicht Und es ist auch nur ein Kill passiert und ich glaube dass du der andere bist und jetzt Ray loswerden muss damit du anfangen kannst Das stimmt halt gar nicht Also alles nicht Ich war weder erste Runde in Mad Bay Einer hat gesagt man hat dich von oben links rüber gehen sehen An der Lagen An der Lagen Weiß ich nicht mehr Also ich vertraue Detektiv Koschinski Nein nein Ich hab auch ein bisschen Ray Vibes Ich vertraue Kalle Ich vertraue Kalle Ich hab doch gar nichts gesagt Warte mal Hallo Stopp Ich hab gar nichts gesagt Kalle will dass wir Mike raushauen Krass Da bin ich dabei Woher kommt das denn jetzt Kalle du löst jetzt zum Dall doch Kalle du Scheiße schon wieder ich Ja gut Detektiv Kalle Hä wo ist mein Nordic walking buddy hin Oh Oh Hey Dalo du Schweine ey Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja genau, dann sind wir drei auf jeden Fall safe Aber da ist es ein bisschen weird, weil er gerade den Simon Says lieber zu Ende gemacht hat Ja, weil das Ding piept ja noch 40 Sekunden Aber es sind auf jeden Fall noch zwei Imposter, wir müssen voten auf jeden Fall Genau, wir müssen voten Also mein, dieser, dieses Mal Bitte votet nicht mich, sonst ist nämlich vorbei Nein, ich würde auch diese Runde eher den sicheren hier für mich nehmen Ja, ich glaube ich auch Peter Achso, oh Ja, Peter Wieso bin ich, hä, was willst du denn von mir? Ich, also ich möchte dich gesehen haben, ähm, als du gerade aus Elektrik rausranst Als Mike noch gerade in der Tür zu Elektrik umgekippt ist Ich bin überhaupt nicht Elektrik Achso, tut mir leid, dann habe ich dann alle nun Farbe gesehen Aber Peter war auch der Einzige, der nicht bei Reaktor war, oder? Oder anders, nee, Ray war der nicht bei Reaktor Mike war der, der nicht war Und den wollte ich jetzt suchen, aber der ist tot Der ist gerade von Peter umgebracht worden in Elektrik Dann ist es Mike Das waren alle, es waren alle Reaktor Ich muss auch sagen, Peter ist halt schon ein bisschen sehr, sehr, sehr fähig Also, da muss ich auch sagen, seine grüne Züpfung ist da Also ist das jetzt ein Self-Report? Nee, das ist ein Report von Peter's Kill Ja, Peter, wo warst du denn? Ray, was denkst du, wer die beiden Imposter sind? Peter kann sein Der ist mit mir Lower Engine runtergeladen Und der andere? Und der andere? Ja, Maxi hat gerade reported Aber ansonsten, du halt bist ein Super-Sass für mich, Dalu Wir sind ja sechs Leute Wen würdest du voten, Ray? Wenn wir jetzt voten müssen? Wahrscheinlich Peter Ja, gut Ich würde auch Peter voten Ich glaube, Dalu trollt einfach nur unnormal rein Ich troll nicht rein Du bist so ein bisschen trollig Aber das ist kein Problem Du bist trotzdem safe, Bruder Das ist kein Ding So, und Peter ist es, denke ich Also den müssten wir jetzt mal rausschmeißen Super Ja, und Ray hat übrigens Maxi geworden, glaube ich Have fun Alter, Dalu, ey, ich weiß nicht Also Dalu, du bist halt Nur an mich schießen Verstehe ich halt gar nicht Ach Mensch, was ist denn hier los? Ray's und Shields, ich kann es bestätigen Okay, es wurde keine Sabotage gecallt Das ist krass Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir keinen Button drücken können Ähm, ja, also entweder Ja, dann wäre das mit Peter wahrscheinlich gestimmt haben Na, muss ja nicht sein Muss nicht sein Hat ja alle drei jetzt Ne, muss ja nicht sein Am Schluss war noch einer weg, ne? Einer ist weggelaufen Ich bin nach links drüber gelaufen Also, wenn Peter wirklich falsch sein sollte, weil die Leiche liegt electric, sagt Maxi, ne? Genau, also die Leiche lag electric, ja Wer war es nochmal vorhin mit dem, äh, wer ist nochmal vorhin nach Upper Engine gelaufen? Also ich habe die Leiche umgegangen und Peter ist weggelaufen Also es war schon sehr safe Ray und Dalu, ne? Dalu auch Aber Dalu hat gemeint, ich bin gewendet aus gar keinem Grund und gar kein Verdacht Genau, du kannst auch einfach... Genauso auch beim ersten Spiel bei Dados sei ich ja auch angeblich da gewesen, obwohl ich da nicht war Also... Nur Reaktor? Ich glaube nur Reaktor, nur die Engines sind nur mit dem Reaktor verbunden Du kannst von Engine zu Reaktor und von Reaktor nach Engine, aber du müsstest theoretisch auch gar nicht wenden Du kannst unten Lower Engine killen, rennst dann Upper Engine und machst dann die Türen Das geht ja auch, also es ist ja eh... Ja klar Du hobst wie gewendet Also, das... also entweder sind wir uns mit Peter einig, so der uns wieder raus Oder wir schmeißen einfach noch einen raus Ich würde... ich würde einfach Ray rausballern jetzt Ja Also ist DC im Dalu oder was? Nein, es ist DC im Dalu Hat mich abgeholt Hat mich abgeholt Nö, mach das Wie kann man nur so lost sein Kann man nur so lost sein, ey Das Ding ist bei Rayma, er richtet sich immer übelst auf und ist dann immer Imposter Ja, ich reg mich doch nicht auf, das ist halt grundlose Verdacht Verdacht Das ist halt kacke jetzt, dass du raus bist, ne? Scheiß Ah! Ah! Peter! Alter, Peter, was ein Drive-by auf mich da! Ja, das war ein bisschen unglücklich, aber das Wichtigste war, dass ich Jay gekillt hab, ohne dass er mich verdächtigt hat Aber du warst schon ein bisschen trollig drauf, Dalu, oder? So ein bisschen Das war so, weil Mike mich verdächtigt hat So, deswegen hab ich gesagt, wir wär ein bisschen hier und diesmal da Das war nur ein Spaß, weil ich hab keine Aufnahme so gesagt Wenn Dizzy und Dalu im Foster wären, hätte einer von euch beiden mich gekillt da Wenn du mich nächste Runde auch noch gefragt hättest, ich war wieder rechts unten an Shields, weil ich immer noch nicht fertig war Ich hätte das auch bezeugt Bye!